Ja, danke. Ja, ich werde auch direkt mal kurz diesen komischen Begriff vielleicht aufklären. Also es, erst einmal, ich habe, das ist mein erster Talk, den ich in Deutsch gebe. Und diesen Talk habe ich auch schon, wie heute Morgen auch der Thorsten, bisher nur in Englisch gegeben. Deswegen bitte ich zu entschuldigen, wenn zu viele Anglizismen benutzt werden. Ich habe aber auch extra die Slides, ja, die Folien habe ich alle übersetzt. Ja, klar, aber trotzdem, ich versuche jetzt, mich strikt daran zu halten. Und es geht darum, wie man Berechtigungen, was im WordPress Core auch eben dann Capabilities heißt in Englisch, wie man die in Plugins gewinnbringend einsetzt und dann auch, wie man als Entwickler, der in einem Projekt arbeitet, solche Plugins für die eigenen Bedürfnisse anpassen zu können. Ich werde auch jetzt genauer dann darauf eingehen, was es ist. Das Ganze ist, ja, es ist jetzt der letzte Vortrag hier heute vor den Aktivitäten. Es ist nochmal so ein bisschen komplexer teilweise. Wenn das irgendwo vielleicht zu schnell ist oder so, dann, ich bin die ganze Zeit noch hier und würde mich auch gerne noch weiter darüber unterhalten, wenn jemand noch Fragen hat später. Und die Slides wird es auch, die Folien wird es auch online geben. Erst einmal, was sind die, was sind Berechtigungen? Berechtigungen beschreiben in WordPress im Prinzip die Aktion, die ein bestimmter Nutzer durchführen darf. Oder eben nicht. Es gibt dann, es gibt für jede Aktion, praktisch jede Aktion, die man durchführen kann in WordPress, wird das geprüft. Zum Beispiel, es wird geprüft, sobald man den Update-Button bei einem Beitrag klickt, wird geprüft, darf der Nutzer diesen Beitrag bearbeiten oder nicht. Wenn nicht, dann kommt eine Fehlermeldung, du darfst das nicht oder so. Oder Cheating. Und ja, die Rollen, die Benutzerrollen, das ist eher der bekanntere Teil davon, weil die eben auch im Admin-Bereich öffentlich sichtbar sind für jeden Benutzer. Das sind eben die bekannten Rollen, die wir zum Beispiel Administrator, Redakteur, Autor, Mitarbeiter und Abonnent. Das sind eben die Rollen, die sollten ja die meisten hier, mit den meisten sind wahrscheinlich vertraut. Und Rollen sind im Prinzip eine Bündelung von mehreren Berechtigungen. Und sobald ein Nutzer dann eine dieser Rollen hat, hat er auch gleichzeitig alle diese Berechtigungen. Ich habe jetzt hier mal eine kleine Liste von typischen WordPress-Berechtigungen, die es da gibt. Die sind natürlich alle in Englisch. Also es gibt zum Beispiel Edit-Posts, um Beiträge, generell Beiträge zu bearbeiten. Upload-Files, um Mediendateien hochzuladen. Manage-Categories, um Kategorien zu verwalten. Options, etc. Die meisten sind relativ selbsterklärend. Es ist aber auch möglich, eben eigene Berechtigungen einzufügen. Wir nehmen jetzt mal an, wir würden vielleicht ein Plug-in schreiben, was Tutorials einem ermöglicht zu veröffentlichen mit bestimmten Verhalten. Und dazu könnten wir zum Beispiel eigene Berechtigungen einführen. Solche eigenen Berechtigungen sollte man als Plug-in-Autor immer mit einem Präfix ausstatten, damit die möglichst einzigartig sind und nicht mit irgendwelchen anderen Plug-ins später Konflikte vorwerfen können. Deswegen könnte man dann zum Beispiel sagen, wir brauchen eine Read-CT-Tutorials-Capability. Sagen wir mal, unser Plug-in heißt Capability-Tutorials. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal CT als Präfix. Wir könnten Read-CT-Tutorials dann haben, um zu prüfen, darf ein Benutzer-Tutorials ansehen oder Edit-CT-Tutorials, ob der Benutzer Änderungen machen darf oder auch Manage-CT-Options, ob der Benutzer die bestimmten Einstellungen, die dann diese Tutorials betreffen, machen darf oder nicht. Also warum, was bringt das überhaupt denn dann, auf solche Berechtigungen zu achten und die auch eben in seinem Plug-in-Code zu verwenden? Zum einen ist es eben eine Verbesserung der Security, also man sollte eben dafür sorgen, dass niemand auf etwas Zugriff hat, worauf er keinen Zugriff haben soll. Andere Seite, aber auch eben gleichzeitig bringt es Usability, weil eben viele Funktionen, die wir standardmäßig zum Beispiel im Admin haben, also manche Leute brauchen manche dieser Funktionen nicht. Ich denke jetzt gerade vor allen Dingen so etwas wie dieser Werkzeugebereich, der wird ja sehr selten eingesetzt von normalen Nutzern, ist aber trotzdem immer da und das wäre zum Beispiel so ein Beispiel, wo man eigentlich mit genaueren Berechtigungen arbeiten könnte. Und auch eben ein großer Punkt, wo ich mich hier drauf sehr viel beziehen werde, ist Customizability. Also man kann dadurch, dass man in seinen eigenen Plug-ins sehr mit Feintuning vorgeht, um die eigenen Berechtigungen einzubringen, ermöglicht man anderen Entwicklern, diese auch anzupassen und eben zu sagen, um zum Beispiel dann noch genauer vorzugehen, wenn jemand bestimmte Dinge noch für ein eigenes Custom-Projekt anpassen will. Ein Beispiel ist hier zum Beispiel, ist hier auch in WordPress selbst, ist es im Moment etwa nicht wirklich möglich, jemanden zu erlauben, Widgets und Menüs zu bearbeiten, aber nicht das Team wechseln zu dürfen. Das ist zum Beispiel etwas, was denke ich, viele schon mal gebraucht haben, aber es geht nicht. Und weil an dieser Stelle WordPress Core selbst nicht granular genug ist mit den Capabilities, mit den Berechtigungen. Bevor wir jetzt da genauer drauf eingehen, gucken wir uns einmal intern an, wie das alles funktioniert. Das ist jetzt vielleicht etwas kompliziert erstmal. Also es ist so, dass die verfügbaren Rollen, die es auf einer Website gibt, die sind intern in der Options-Datenbank-Tabelle gespeichert. Und die Berechtigungen, die dann zu jeder Rolle gehören, sind ebenfalls Teil dieses Arrays. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Ich habe hier jetzt mal dieses Array. Da sieht man hier oben die Administrator. Das ist jetzt erstmal die Administrator-Rolle und dann alle Capabilities, die dazugehören. Die Editor, also es ist ja dann Redakteur, Autor, Contributor, Mitarbeiter und Abonnent. Der Abonnent hat halt nur die Read-Capability, was im Prinzip so viel heißt wie gar nichts. Also der darf nur sein eigenes Profil bearbeiten und eben die Inhalte lesen. Bei genauer Betrachtung von dieser Liste hier fällt ja auf, dass, also normalerweise, wir kennen das ja alle so, dass diese Rollen alle hierarchisch aufgebaut sind. Also der Administrator darf mehr als der Redakteur, der Redakteur darf mehr als der Autor und so weiter. Das ist aber nur im Prinzip, das ist aber nur einfach von WordPress so aufgesetzt. Es könnte auch anders laufen, weil eben die Capabilities einfach nur Teil dieses Array sind und sie werden nicht irgendwie aufbauend gehandhabt. Es ist nämlich so, dass ja zum Beispiel der, wenn man jetzt hier guckt, die, sagen wir hier, die Edit-Post-Berechtigung, die hat der Contributor, aber der Autor hat die einfach auch. Und nur so erzeugt man den Eindruck, diese Capabilities, diese Rollen werden hierarchisch strukturiert. Man könnte jetzt aber auch hier die Edit-Post-Capability theoretisch rausnehmen, dann würde es so sein, dass plötzlich der Contributor doch an einer Stelle mehr machen darf als der Autor. Also es muss nicht hierarchisch sein, es ist nur standardmäßig eben so gedacht. Dann die Rollen, die pro Benutzer werden dann in der User-Meter-Datenbank-Tabelle gespeichert, für jeden Benutzer. Das sieht dann im Standardmäßig zum Beispiel so aus, das ist nur ein ganz simples Array, da steht jetzt einfach nur, wenn ein Benutzer ein Redakteur ist, dann steht da einfach nur diese Editor-Rolle drin. Es könnten theoretisch aber auch Berechtigungen in diesem Array mit drin sein. Das kann man machen, wird in der Regel nicht gemacht, weil es eben schnell chaotisch werden würde. Also das heißt, theoretisch bräuchte man noch nicht mal Rollen. Man könnte auch einfach alle Berechtigungen direkt für jeden Benutzer in dieses Array schreiben, aber dann wäre es eben deutlich komplizierter, da irgendwie noch nicht den Überblick zu verlieren. Oder es wäre deutlich einfacher, den Überblick zu verlieren. Und auch technisch gesehen, da das hier ein Array ist, ist es eben wichtig zu wissen, ein Benutzer kann theoretisch mehrere Rollen haben. WordPress bietet keine Oberfläche dafür, anders zu managen, aber es gibt eben Plugins, die das tun. Und das ist auch kein großer Hackaufwand, der da nötig ist, weil es eben von Haus aus eigentlich unterstützt ist, anhand dessen, dass es ein Array hier ist, wo mehrere Rollen drin enthalten sein können. So, jetzt gucken wir uns das mal an, wie das dann für Plugin-Entwickler aussieht. Und man sollte, ganz wichtig, man sollte immer auf Berechtigungen überprüfen. Die Rollen sind halt nur intern dafür zuständig, zu sagen, diese Benutzer haben diese Berechtigungen. Man soll aber nicht prüfen, welche Rolle ein Nutzer hat. Es gibt auch in WordPress gar keine intuitiv benutzbare Funktion dafür und das ist auch eben so gewollt. Weil man soll nicht gucken, wenn das ein Administrator ist, kann der das. Nein, man soll gucken, wenn diese Person Beiträge bearbeiten kann, dann. Immer mit Berechtigungen arbeiten, nicht mit Rollen. Auch weiter hin, wenn man als Plugin-Entwickler sollte Berechtigungen niemals in der Datenbank angepasst werden. Man sollte auf gar keinen Fall Berechtigungen entfernen, weil das alle möglichen unvorhergesehenen Dinge nach sich ziehen kann. Man sollte aber auch keine eigenen Berechtigungen in der Datenbank einfach irgendeiner existierenden Rolle hinzufügen. Es sei denn, man integriert eine komplett neue Rolle. Wenn jetzt zum Beispiel, gehen wir wieder zurück zu diesem Tutorial-Plugin, wenn wir da dann eine Rolle einführen würden für einen Tutorial-Manager oder sowas, den würde man ja in der Datenbank speichern. Das ist auch im Prinzip die einzige Möglichkeit, die einzige standardmäßige Möglichkeit, mit Rollen in WordPress umzugehen. Und da würde man dann diese Capabilities dieser Rolle eben zuschreiben. Wie man dann bei existierenden Rollen eigene Capabilities, eigene Berechtigungen gewährt, dazu kommen wir dann noch gleich. Ja, und ganz wichtig, eben wie ich auch schon kurz erwähnt habe, eigene Berechtigungen sollte man überall verwenden in seinem Plug-in-Code, anstatt sich einfach auf die bestehenden Core-Berechtigungen zu verlassen. Wenn man zum Beispiel einen Einstellungsbildschirm hat, dann sollte man dazu eine eigene Capability, sowas wie Managed CT-Options in dem Beispielfall hier zum Beispiel, verwenden. Man sollte nicht einfach sagen, hier, ich nehme einfach das Managed Options von WordPress Core. Das würde nämlich dann heißen, dass es niemals möglich wäre, jemandem zu sagen, jemand darf diesen Bildschirm bearbeiten, aber die anderen von WordPress Core nicht oder so. Man kann da dann gar keine Abstufungen mehr machen, wenn man einfach die Capability von WordPress Core benutzt. Ja, wie prüft man auf Berechtigungen? Die wirklich essentielle Funktion dazu ist CurrentUserCan und eine Capability ist, wie auch eben schon gezeigt, es ist im Prinzip wirklich nur ein String, also einfach nur ein Text, wie zum Beispiel diese EditPost oder so, kann man dann diese Funktion übergeben und im Endeffekt bekommt man dann True oder False ganz simpel zurück, die dann einem dann sagt, ja, der Benutzer kann das machen oder nicht. Man achtet darauf, hier steht CurrentUserCan und das ist auch die Funktion, die man meistens benutzt, weil es geht ja wirklich in den meisten Fällen darum zu gucken, ob der aktuelle Nutzer etwas kann. Es gibt aber auch noch zusätzlich, falls man das mal braucht, diese Funktion, die dann das Gleiche für einen beliebigen Nutzer macht, der nicht unbedingt der aktuelle Nutzer ist. Berechtigungen, wie die dann da gehandelt werden, dazu kommen wir dann eben gleich, die werden entweder von WordPress gehandhabt oder eben bei eigenen muss man sich selber um sie kümmern. Man kann aber natürlich auch die von WordPress anpassen. So, jetzt wird es langsam tricky. Also es gibt zwei Arten von Berechtigungen. Es gibt primitive Berechtigungen und Metaberechtigungen. Die primitiven Berechtigungen, das sind im Prinzip die Oberkategorien, das sind allgemeine Berechtigungen, die bestehen meistens hier aus einem Verb und einem Plural-String und wie zum Beispiel eben Edit Posts oder Activate Plugins, das sind die Berechtigungen, die man auch typischerweise meistens kennt oder benutzt. Man kann die eben entweder, die sind eben entweder in der Datenbank gespeichert, so wie ich eben gezeigt habe, oder man kann sie dynamisch durch einen Filter gewähren. Da würde ich gleich noch drauf ein. Jetzt aber erstmal zu den Metaberechtigungen. Das ist der Teil, den vielen Leuten noch nicht so bekannt ist. Das sind Berechtigungen, die immer sich auf irgendeine spezifische Untersache beziehen. Also anstatt Edit Posts, der generellen Berechtigung, hat man hier eine Metaberechtigung, die heißt Edit Post Singular und dann übergibt man an diese Current User Can Funktion auch noch die Post ID. Das heißt also in dem ersten Beispiel hier, ich prüfe, kann der aktuelle Nutzer den Post mit dieser Post ID, die man dann da übergibt, bearbeiten? Oder kann der Nutzer genau dieses Plugin mit diesem Plugin-Slug aktivieren? Und im Prinzip werden dann diese Metaberechtigungen, die sind nirgendwo direkt gespeichert, die werden mit Hilfe eines Filters namens MapMetaCap, die werden im Prinzip auf primitive Berechtigungen gemappt. Also man hat gespeichert immer nur die primitiven Berechtigungen, die sind in der Datenbank oder eben dynamisch. Aber man hat eben oft den Fall, dass man auch auf Metaberechtigungen prüft. Es ist eben so, man sollte, wenn es darum geht, einen Beitrag zu bearbeiten, sollte man darauf prüfen, mit einer Singular Capability, also mit Edit Post, man sollte darauf prüfen, genau diesen Beitrag zu bearbeiten und nicht generell prüfen, kann der überhaupt generell irgendwie Beitrag bearbeiten. Dann gibt es noch zwei ganz spezielle Berechtigungen, und die heißen Exist und Do Not Allow. Exist ist eine Berechtigung, die automatisch, die ist eben so gehandhabt, dass sobald man das prüft, da gibt es immer True zurück. Das macht natürlich erstmal keinen Sinn. Das ist aber dafür da, wenn man zum Beispiel eine solche Metaberechtigung mappen will, so dass das jeder machen kann. In vielen Fällen macht das keinen Sinn. Man will ja nicht, dass jeder alle Beiträge bearbeiten kann. Aber es ist eben möglich, so etwas zu machen. Und Do Not Allow ist genau das Gegenteil. Das heißt, wenn man zum Beispiel prüft, Current User can do not allow, wird immer False zurückgegeben. Und auch das ist dafür da, dass man zum Beispiel eine Metaberechtigung auflösen kann in irgendwas wie Do Not Allow, und dann weiß WordPress direkt, okay, das kann keiner machen. Nochmal kurz zusammenfassend hier die Namenskonventionen, das habe ich ja kurz schon erwähnt. Also man sollte immer das Verb und ein Plural String für die primitiven Berechtigungen benutzen, eben die allgemeinen Berechtigungen, und dann eben oft einfach genau den gleichen, genau den gleichen Namen, aber mit der Singular Form des Nomens am Ende für Metaberechtigung. Also Edit Posts, Edit Posts, Activate Plugins, Activate Plugin, Singular, etc. So, intern sieht das dann wieder so, wie das dann abläuft, wenn man einmal eine Capability überprüft, eine Berechtigung überprüft. Man ruft erst Current User can auf. Danach wird eben, wird diese Funktion Map Metacap aufgerufen, und wenn da irgendwo eine Clause oder Clause, wenn da irgendwo eine If-Clause drin ist, für diese spezielle Capability, dann weiß man, okay, das ist jetzt eine Metacapability, oder Metaberechtigung, und die wird dann mit Hilfe dieser Funktion, oder auch dem Filter, der dann eben Plugins erlaubt, das anzupassen, wird dann auf mehrere, ein oder mehrere primitive Berechtigungen aufgelöst, oder gemappt, oder abgebildet. Im Endeffekt wird danach geprüft, ob der Nutzer diese, beziehungsweise danach wird erstmal geguckt, danach werden die primitiven Berechtigungen aus der Datenbank geholt, und noch durch diesen Filter hier gelaufen, sodass man dann als Plugin-Entwickler auch dynamisch das, was in der Datenbank ist, anpassen kann. Also man kann zum Beispiel da einfach dynamisch sagen, ich nehme jetzt die Capability weg, oder ich gebe noch die andere dazu. In der Regel gibt man meistens zusätzliche hinzu. Zum Beispiel würde man, wenn man jetzt ein Plugin hinzufügt, mit seinen eigenen primitiven Capabilities, wie gesagt, nicht in die Datenbank, da sollte man dann diesen Filter verwenden, zumindest in der Standardausführung, und sich dann auf irgendwelche existierenden Berechtigungen in der Datenbank berufen. Man könnte zum Beispiel sagen, der Benutzer soll einfach erstmal standardmäßig meinen Custom Managed CT Options kriegen, wenn er schon Managed Options hat. Das wäre dann ein guter Fallback. Es ändert erstmal nichts an der Plugin-Funktionalität, hätte man einfach direkt Managed Options benutzt. Es erlaubt aber eben später anderen Leuten das anzupassen, und das ist wirklich der große Vorteil daran. Sobald man dann am Ende eben alle primitiven Berechtigungen des Nutzers, die der Nutzer hat, eben wirklich durch den Filter und die Datenbank hat, wird geprüft, dass alle Capabilities, die dann durch MetaCap zurückgegeben wurden, vorhanden sind. Sobald der Benutzer eine dieser Berechtigungen nicht hat, schlägt der ganze Check fehl, und der Nutzer darf das nicht machen, diese Aufgabe. Ja, ansonsten ist die Prüfung erfolgreich. Und zusätzlich darf man natürlich nicht Do Not Allow enthalten sein. Sobald irgendwo Do Not Allow enthalten ist, ist direkt fehlgeschlagen. Ja, wie macht man das jetzt konkret in einem Plugin? Ja, dieses Plugin, wovon ich jetzt gerade mal geredet habe, das habe ich auch mal implementiert. Capability Tutorials, das fügt eben so einen sehr simplen Tutorial-Post-Type hinzu und einen kleinen Einstellungsbildschirm mit ein paar Optionen. Das ist jetzt nicht sonderlich benutzerfreundlich. Man kann hier jetzt einfach die, man kann hier eben die paar Eigenschaften des Beitrags des Post-Types anpassen. Es gibt hier eben den Felder für Rewrite Slug, die Post-Type, Properties, Archive, ob das Archive hat, das sind eben die, wenn ihr Register Post-Type kennt, dann sind das im Prinzip Parameter für diese Funktion. Ja, nochmal zur Erinnerung, CurrentUserCan wird dann benutzt, um Capabilities zu überprüfen. Und das Erste, was man dann in so einem Plugin oft macht, ist eben eine Einstellungsseite hinzufügen. Hier ist, das ist so ein spezieller Fall, wo eben sogar eine Capability erforderlich ist, die dann WordPress intern verwendet, die dann in WordPress intern aufruft, mit Hilfe CurrentUserCan. Also der vierte Parameter von dieser Funktion, da gebe ich, übergebt man sich jetzt hier in dem Fall Managed CT Options, das heißt, diese Submenu-Page, die kann nur jemand aufrufen, in der die Managed CT Options Capability hat. Bei der Registrierung eines Post-Types sollten ebenfalls eigene Berechtigungen angegeben werden. Das würde jetzt ein bisschen hier den Rahmen sprengen, genau darauf einzugehen, aber dieses Plugin macht das auch. Also wer da Interesse hat, kann sich das später auch nochmal gerne angucken. Oder auch Fragen dazu stellen. Ja, wir gucken das jetzt hier mal an, wenn ihr die Funktionen Add Settings Field, wenn die euch bekannt ist, die fügt eben die Felder in einem Einstellungsbildschirm hinzu. So sieht das jetzt einfach mal so aus, wenn man es ganz simpel macht. Man kann aber auch Berechtigungen hinzufügen. Also Berechtigungsüberprüfungen. Man könnte jetzt für jede einzelne Einstellung auch eben sagen, ich prüfe jetzt, ob der Nutzer diese spezielle Einstellung bearbeiten darf. Dazu würde man jetzt hier eben eine Meta-Berechtigung benutzen. Also wieder mit einem Singular-Nomen da, Managed CT Option. Und als extra Parameter übergibt man dann einfach den Schlag, den Bezeichner der jeweiligen Optionen, also CT Rewrite, oder CT Reports, oder CT Has Archive. Es ist hier wichtig darauf zu achten, dass man das, wenn man das an dieser Stelle macht, noch auch an der Stelle machen muss, wo diese Settings dann validiert werden. Das gibt es dann aber auch. Das ist auch im Plug-In-Code ersichtlich, wenn man sich das mal angucken möchte. Solche Checks wie hier sollte man nach Bedarf natürlich verwenden. Es muss jetzt nicht, der untere Fall muss jetzt nicht unbedingt so gemacht werden. Wenn man denkt, es macht wirklich überhaupt keinen Sinn, diese einzelnen Felder gesondert verfügbar zu machen, dann reicht es auch so, wie oben zu machen. Man sollte sich aber im Klaren darüber sein, dass vielleicht eben andere Leute viel genauere Berechtigungen benötigen, als man selbst erst mal denkt. Ja, sobald wir jetzt hier diese Berechtigungen, erst mal hier für die Menüseite, sobald wir da unsere eigene Berechtigung vergeben haben, und hier dann auch unsere eigenen Berechtigungen für die einzelnen Optionen vergeben haben, da sieht die Seite dann so aus. Das ist natürlich, weil wir die Berechtigung noch niemandem gewährt haben. Wir haben jetzt die erst mal abgeprüft, aber es ist noch keine Logik da, die die dann wirklich einen Benutzer gewährt. Erst mal jetzt die primitive Berechtigung, die hieß ja bei uns Manage CT Options, plural wieder. Die kann man jetzt eben gewähren, indem wir den User Has Cap Filter benutzen. Dabei ist der erste Parameter das Array von allen Berechtigungen, die der Nutzer hat. Und der zweite Parameter ist dann das Array von allen Berechtigungen, die im Moment in der aktuellen Check überprüft werden. Normalerweise, theoretisch bräuchte man eigentlich nur den ersten Parameter, weil man einfach prüft, hat der Nutzer die Capability, in dem Fall gibt ihm auch diese Capability. Aber dieser Filter wird extrem oft getriggert, und sobald, das heißt also, also für jeden Capability Check von irgendwelchen Plugins, da passieren ja pro Request im Admin-Bereich vor allen Dingen, passieren da wahrscheinlich 100, mindestens 100 Aufrufe vielleicht sogar. Und deswegen sollte man, sobald die Logik, die man in diesem Filter packt, nicht mehr trivial oder sehr irrelevant für die Performance ist, sollte man dann auch sagen, man passt die Capabilities dann nur an, wenn die auch tatsächlich gerade abgefragt werden. Ansonsten ist das einfach redundant, sowieso eigentlich. Also man würde, ich gehe jetzt mal hier, in dem Fall, sagen wir jetzt, was ich eben schon als Beispiel genannt habe, wir geben einem Nutzer die unsere Managed CTO Options Capability, sofern der Nutzer auch Managed Options hat. In dem Fall ist es wirklich ein sehr simpler Check, deswegen überprüfe ich jetzt nicht, ob diese Managed CTO Options gerade überhaupt geprüft wird. Man könnte aber eben das Ganze auch noch in so ein weiterer If-Clause rappen und dann den zweiten Parameter, der jetzt oben gar nicht übergeben ist, weil wir ihn nicht brauchen. Darauf könnte man dann eingehen. So, jetzt haben wir diese primitive Berechtigung gewährt. Das heißt, wir können jetzt auf die Seite zugreifen. Die sieht jetzt aber so aus. Da sind unsere Einstellungen nicht da. Und das ist, weil wir ja Metaberechtigungen eingefügt haben, die da überprüft werden für die einzelnen Settings-Felder. Die müssen wir natürlich dann auch gewähren. Und das sind Metaberechtigungen. Das heißt, die müssen in irgendwelche primitiven Berechtigungen aufgelöst werden. Dazu wird dann der Filter Metacap verwendet. Standardmäßig lässt er einfach die überprüfte Berechtigung durchlaufen, sofern da nicht irgendeine spezielle Behandlung enthalten ist. Also in unserem Fall haben wir verschiedene Managed CT Option Aufrufe, Singular mit der speziellen Option. Und der ganz simple Fall, den man jetzt im Plugin erstmal verwenden sollte, in den meisten Fällen, ist einfach, ich mappe das auf die generelle primitive Berechtigung. Also sobald jemand für eine spezielle Option Managed CT Options überprüft, sagt einfach, der braucht nur Managed CT Options haben, dann kann er die Option bearbeiten. Das sind jetzt wirklich die Basis-Implementierung, die man dann in einem Plugin anwenden sollte erstmal. Außer man hat da direkt konkretere Pläne mit. So, sobald wir diesen Code hier eingebaut haben, sind dann die Optionen auch sichtbar. Ja, was soll das alles jetzt? Bisher haben wir jetzt überall diese Capability Checks eingebaut und sie gewährt. Wir hätten aber auch einfach Managed Options benutzen können und das war's. Also von das, was es schon in WordPress Core gibt. Aber eben, wie gesagt, durch die Verwendung von eigenen Berechtigungen und vor allen Dingen auch noch die Berechtigung von, die Nutzung von diesen Meta-Berechtigungen für jedes einzelne Feld zum Beispiel, erlaubt es eben wirklich extrem granulares Handling von diesen Berechtigungen für andere Leute. Selbst wenn das Plugin an sich das gar nicht braucht, erstmal, dann könnte es, könnte jemand in einem Kundenprojekt zum Beispiel da bestimmte Dinge abschalten wollen, dass man sagt, der Kunde soll nicht mehr das und das Feld bearbeiten können, das soll nur noch ich machen können oder sowas. Und darauf gehe ich jetzt auch noch kurz ein, wie man das dann als ein anderer Entwickler manipulieren könnte. Also ein Beispiel hier wäre, dass man den, standardmäßig haben wir jetzt eben gesagt, Managed CT Options, das bekommt jetzt jeder, der Managed Options hat, durch den User has CapFilter dynamisch gewährt. Und dazu würden eben auch noch zum Beispiel andere Capabilities, die wir jetzt hier für den Tutorial Post Type hinzufügen, würden dann auch noch davon abgedeckt sein. Man könnte aber zum Beispiel dann sagen, ich möchte das nicht, ich möchte meine eigene Rolle haben, die sich nur darum dreht, diese Tutorials zu verwalten. Dann diese Rolle hinzufügen, alle die Capabilities direkt in diese Rolle, dieser Rolle zu gewähren und dann unseren typischen alten Plugin Filter zu entfernen. Das heißt dann, danach kann niemand mehr irgendwas von diesen Sachen machen, die für unser Plugins zuständig sind. Und das ist dann alles nur noch für diesen Tutorial Manager möglich. Eine andere Möglichkeit, die sich jetzt auf speziell die Meta Capabilities bezieht, wäre zum Beispiel, man würde, was ich eben schon angesprochen habe, man könnte sagen, ich möchte, dass diese CT Rewrite Slug, das war ja eine von den Optionen, da könnte man dann sagen, ich möchte nicht, ich möchte, dass das nur noch von einem Netzwerk Administrator, bei einem Multisite zum Beispiel, bearbeitet werden kann. Dazu würde man sich dann in Map Meta Cap reinhucken und prüfen wird, sobald gerade die Managed CT Option Capability abgefragt wird, da weiß man, okay, da muss ich jetzt gucken und da kann man dann mit Hilfe des Args Arrays, was da als letzten Parameter übergeben wird, das sind im Prinzip alle Argumente, die zusätzlich noch an Current User Ken bei dem Überprüfung übergeben worden sind, da kann man dann eben gucken, ist das die Option, die spezielle Option CT Rewrite Slug, Slug, und falls ja, muss, und sofern es dann auch noch ein Inner Multisite ist, muss der Nutzer auch die Managed Network Options Capability haben. Da man dann eben beide Berechtigungen haben muss, und Managed Network Options nur für den Netzwerk Administrator verfügbar ist, kann dann ab diesem Zeitpunkt plötzlich die Option eben nur noch der Netzwerk Administrator bearbeiten. Die anderen sind aber noch immer weiterhin verfügbar, also würde dann so aussehen, das obere Feld, was er eben noch da weiß, dann einfach weg. Und so ist es, das war jetzt eben ein Beispiel, wie man wirklich extremes Feintuning da erlaubt. Und das ist eben vielleicht in diesem Fall hier ein bisschen Overkill, aber gerade bei komplexeren Plugins tendieren viele da eben dazu, deutlich zu wenige Berechtigungen zu verwenden. Und das macht dann eben eine Customisierung, Anpassung sehr schwer. Ich gehe jetzt noch ganz kurz, jetzt gibt es noch ganz kurz einen kleinen Ausblick auf Multisite, wie das da funktioniert. Da gibt es eben auch, in Multisite gibt es zusätzlich noch den Netzwerk Administrator, der manchmal auch als Super Admin bezeichnet wird. Das scheint erstmal eine zusätzliche Rolle zu sein. Technisch gesehen ist es aber einfach eigentlich nur eine Option, die einfach sagt, alle diese User IDs, die sind Super Admin. Das funktioniert komplett anders als andere, als die tatsächlichen Rollen, die man dann in einer normalen WordPress-Site hat. Obwohl man auch theoretisch diese Option einfach abrufen könnte, um zu prüfen, ob ein Nutzer etwas machen kann, sollte man direkt, sollte man immer auf die Berechtigung prüfen. Das ist genau das Gleiche, wie das man auch in Single-Site nicht überprüfen soll, ist das ein Administrator. Man soll überprüfen, kann dieser Nutzer einen Post bearbeiten oder sowas. Es gibt eben die Funktion ist Super Admin und die wurde historisch bedingt leider sehr oft verwendet, findet man heute noch sehr oft im WordPress-Core. Daran wird aber gearbeitet, das zu entfernen und bitte verwendet das nicht. Es gibt Multi-Site-Berechtigungen hier im Core schon, und man sollte dann zum Beispiel, wenn man wirklich Dinge überprüft, die hier viel für relevant sind, dann sollte man entweder mindestens diese Berechtigung benutzen, noch besser wäre es aber, wenn ihr dann einen eigenen Bereich im Multi-Site irgendwo einfügt, im Netzwerk-Admin, wäre es dann natürlich wieder noch besser, eure eigenen Berechtigungen zu verwenden. Es ist halt so, dass der Netzwerk-Administrator, da es eben nur diese Flag ist, der funktioniert so, dass er sowieso erstmal, der hat alle Berechtigungen, die man überhaupt abfragen kann. Also sobald WordPress weiß, der aktuelle User ist ein Netzwerk-Administrator, gibt eigentlich jeder Capability-Check-True zurück. Es sei denn, man benutzt Do-Not-Allow. Das ist die einzige Möglichkeit, sogar von einem Netzwerk-Administrator eben dem etwas zu verwehren. Ein anderer typischer Use-Case ist, dass man, wenn man Multisite aktiviert hat, dass der Zugriff anders funktionieren soll, als in Single-Site. Zum Beispiel kann man auf einem normalen WordPress-Site der Admin Updates machen, aber bei einer Multisite kann plötzlich nur noch der Netzwerk-Admin Updates machen. Sobald man Multisite anschaltet, wird das also verändert. Und so etwas dann eben dynamisch zu verändern, dazu kann man eben auch einen Check verwenden. Ich habe jetzt hier mal die eine Variante aufgeschrieben, aber wie gesagt, wie schon hier markiert, ist das nicht so toll, denn hier wird geprüft, ist das eine Multisite und wenn das kein Super-Admin ist, dann sagt einfach Do-Not-Allow. Aber wie eben erwähnt, es sollte lieber Capability-Checks benutzt werden. Es geht also auch so und eigentlich sieht es sogar noch einfacher aus, ein IF-Check weniger im Prinzip, eine Überprüfung da weniger. Man sagt einfach, wenn das eine Multisite ist, muss der Nutzer auch diese Capability haben. Damit bleibt man dann wieder bei dem Ansatz, einfach nur Capabilities zu überprüfen und diese Capability hat eh nur der Netzwerk-Administrator. Es hat also genau den gleichen Effekt, wie wenn man oben ist-Super-Admin überprüfen würde. Da es aber eben, wie gesagt, auf Capabilities überprüft werden soll, ja, soll das eben entfernt werden. Das Ziel des Ganzen ist eben ja auch, dieser ist-Super-Admin-Aufrufe zu entfernen, damit man irgendwann, wenn das weit genug vorangeschritten ist und auch man genug Dokumentationen für Plug-In-Entwickler etc. veröffentlicht hat, dass man dann auch tatsächliche Rollensysteme, was dann in einer normalen Single-Site bei WordPress existiert, auch auf Multisite ausdehnen kann. Das würde dann auch eben erlauben, auch im Netzwerk-Admin-Bereich deutlich Feintuning, mehr Feintuning vorzugehen. Ja, und das war es jetzt erstmal von mir. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht so ratlos zurückgelassen und ja, ich bin jetzt auf jeden Fall noch gerne hier für Fragen verfügbar hier und wenn es vielleicht doch etwas länger dauert, dann auch gerne später noch. Und hier gibt es noch eine ganz kurze Übersicht für die Leute, die noch mehr sich in das Thema reinfuchsen wollen über ein paar Dinge. Super. Vielen lieben Dank, Felix. Ich gehe mal davon aus, du schickst nachher einen Link zu deinen Slides auch noch über Twitter raus mit dem Hashtag WC Retreat. Okay. Open Mic für eure Fragen. Okay, Bernd, ich komme. Also eine Sache, die am Anfang immer schwierig war und die so ganz noch nicht gelöst habe, ist, wenn ich einen neuen Post-Type einfüge, dafür eigene Capabilities anlege und sagen will, dass ein Nutzer nur Abonnent ist und diese neue Rolle hat, dann kann er zwar den Menüpunkt sehen, er kann, glaube ich, auch die Liste der Custom Post-Type sehen, er kann es aber nicht bearbeiten, wenn er nicht auch die Rolle, die Capability Edit Posts hat. Ich habe das bis heute nicht verstanden, wo der Fehler ist. Also wenn ich eine neue Rolle einlege und sage, der hat irgendwie Edits, wie in deinem Beispiel CT Tutorials und Reads, CT Tutorials und so was auch immer, kann er trotzdem nicht die Beiträge bearbeiten, also diesen Custom Post-Type. Ich weiß, das kann daran liegen, dass du vielleicht die, da wird ja, sobald man da, also der Post-Type bei dem Post-Type nehme ich an, dann gibst du auch die eigenen Capabilities dann an, während du den registrierst. Genau, in der Register Post-Type gebe ich halt über Capabilities an, welche er darf und auch mit den Meta-Caps und so weiter und dann weise ich diese Rolle einem Nutzer zu und der sieht dann auch im Backend eben nicht Beiträge und Seiten und sonst was, er sieht aber diesen Custom Post-Type im Menü, kann aber eigentlich nichts machen. Ja, also es gibt, es gibt ein Argument bei Register Post-Type, Map-Meta-Cap, hast du das benutzt? Kennst du das? Ja, das habe ich auch mal verwendet, das hat irgendwie auch nicht funktioniert. Also eigentlich ist es so, man kann, man kann bei den eigenen Capabilities beim Post-Type angeben, entweder nur einen Singular und Plural Namen, der dann automatisch so verwendet wird, dass dann Edit so und so, Edit Publish so und so, da werden dann die ganzen Feintuning Capabilities automatisch erstellt. Ich weiß nicht, ob du das so gemacht hast. Oder ob du alle manuell eingegeben hast. Ich habe beide Varianten versucht. Okay. Das hat irgendwie beides nicht funktioniert. Ja, normal, also die simpelste Variante mit Post-Types, das zu machen, ist eigentlich, diesen Singular und Plural String anzugeben und dann Map-Meta-Crap-Cap-Of-True zu setzen. Dann kümmert er sich eigentlich um alles. Da kann ich jetzt gerade nicht genau nachvollziehen, warum das nicht funktioniert. Mach deinen Plug-In, dein Beispiel Plug-In, ja, bei dem Plug-In habe ich das komplett detailliert. Ich habe jede Capability, die einzeln angegeben. Und ja, der Plug-In-Code hat auch an dieser Stelle extrem viele Kommentare, weil ich jetzt eben das hier nicht erwähnen konnte. Also, weil ich das angucken will, da habe ich alles auch genau dokumentiert, möglichst genau. Aber eigentlich nicht. Weil ich habe halt so ein System, da gibt es halt Abonnenten, die halt zwei zusätzliche Post-Types bearbeiten können sollen. Und ich musste denen irgendwie auch Edit-Posts geben. Das heißt, sie könnten auch Beiträge bearbeiten. Ich habe ihnen im Nachhinein wieder gesagt, sie dürfen es nicht. Also sie sind halt den Menüpunkt Beiträge, können aber trotzdem keine bearbeiten. Aber ich kriege das irgendwie nicht hin, dass das anders ist. Ja, aber es müsste eigentlich, also vielleicht können wir es auch mal angucken, aber normalerweise müsste es so sein, dass man braucht auf jeden Fall nicht Edit-Posts, wenn man das komplett mit den eigenen Capabilities hat. Das kann ich gerade nicht nachvollziehen, warum es nicht klappt. Und vielleicht noch eine zweite Frage. Das Problem ist ja, dass die Rollen in der Datenbank gespeichert werden, auch inklusive dem Namen. Hast du irgendeine clevere Lösung für Übersetzung von Rollennamen? Also ich glaube, ich habe es dann letztendlich mit dem Members-Plugging gemacht, das selbst eine Funktion anbietet, aber das ist, also die Lösung, diese da verwende ich auch nicht so toll. Aber vielleicht gibt es ja irgendeinen besseren Trick. Ich muss gerade kurz überlegen, bei WordPress, bei WordPress eigenen Rollen, wird der Name irgendwo anders registriert, wird im Prinzip die Übersetzung an einer anderen Stelle registriert und dann dynamisch abgerufen. Das ist tatsächlich ein bisschen kaputt. Das Problem ist nur, dass er das nicht an allen Stellen macht. Also ich glaube, in der Auswahl macht er das, aber ich glaube zum Beispiel nicht im Filter, in der Beitragsliste. Also wenn man dann sagt es. Vielleicht musst du auch, ich weiß, das ist gerade auch noch in der Stelle nicht genau, aber vielleicht musst du dann deine eigene Capability genauso registrieren, wie die WordPress-Core-Core-Rollen registriert sind. Und da gibt es auch, es gibt irgendwo halt konkret diese Text-Strings, die kommen in WordPress vor und dann gibt es eine Funktion Translate User Role, die dann im Prinzip nur guckt, ja okay, das hier ist der englische String, der jetzt aus der Datenbank kommt und dann gucke ich irgendwo, irgendwo habe ich ja die Übersetzung davon registriert. Und das wird da intern verwendet. Ich glaube, das müsste man auch irgendwie mit deiner eigenen Rolle machen können. Da muss ich aber auch nochmal reingucken. Sonst noch Fragen? Du meintest eben, dass man, also ganz am Anfang des Vortrags, ist, dass man die Ansicht, die manche Nutzer haben, also beispielsweise ein Subscriber, dass man einzelne Menüpunkte ausblenden kann mit Hilfe dieser Capabilities. Wie kann ich jetzt, oder gibt es eine einfache Möglichkeit von Plugins, die, sagen wir mal, also Beispiel Jetpack, zeigt für jeden irgendwo neben dem Profile-Link auch noch irgendwie so ein Jetpack-Menüpunkt, kann ich den da irgendwie einfach ausblenden? Das kommt halt, das kommt immer darauf an, wie eben das Plugin selbst entwickelt ist, also ob halt, man kann generell eben andere Plugins nur anpassen, wenn die dann auch halt genaue Capability-Checks überall verwenden. Deswegen habe ich jetzt hier das betont, dass man es machen soll, damit dann das eben für andere möglich ist. Es gibt halt viele Plugins, die das leider nicht machen, manchmal vielleicht auch gewollt, weil die nicht wollen, dass man die da weg macht, aber ich will jetzt keine Namen nennen, aber es kommt halt, das kann ich jetzt in dem speziellen Fall jetzt nicht sagen, aber es kommt wirklich darauf an, ob Jetpack an dieser Stelle einen speziellen Capability-Check hat, sobald er, wenn da einer ist, kannst du dann eben zum Beispiel durch User-Has-Cap sagen, nee, die Capability-Nehm ich jetzt weg, oder das kommt wirklich komplett auf den Einzelfall an. Also muss man einfach in den Quack-Code schauen. Und ansonsten per CSS? Ja, genau, aber das ist natürlich nicht, da würde man natürlich per URL immer noch hinkommen, theoretisch irgendwie wahrscheinlich, aber ja. Okay, sonst noch Fragen? Ansonsten, Felix ist ja noch hier bis Sonntag. Genau. Also dann löchert ihn, nutzt die Gelegenheit. Oh ja, da möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dafür, dass du den Talk heute erst mal auf Deutsch gehalten hast. Also ich denke, wir haben alle verstanden, was er gesagt hat, oder? Auch wenn die Anglizismen ja dann doch hier und da noch vorkamen. Gut, dann wünsche ich euch noch viel Spaß und genießt das Redcamp Retreat jetzt mit den Aktivitäten, heute Abend leckeres Essen. Wir sehen uns. Bis dann. Danke.